Servus liebe Trader, herzlich willkommen zu einem weiteren 5 Minuten Video Coaching. Ich möchte euch heute einmal etwas über Options Trading erzählen, beziehungsweise möchte ich euch unseren Options Trading Room zeigen, denn gerade auch für Privatanleger, die vielleicht nicht über so viel Geld verfügen, aber dennoch sehr hohe Renditen erzielen möchten, gerade für die sind Optionen und Hebelzertifikate natürlich sehr spannend. Und nachdem es hier immer wieder Fragen gibt und das Thema doch am Anfang etwas komplex ist, ist es sehr ratsam, einfach mal Zugang zum Options Trading Room zu haben, um hier unserem Profi Martin Springmann über die Schulter schauen zu können. Auf Traderfox.de, dort findet ihr all unsere Angebote. Wir sind hier jetzt gerade im Kundenbereich. Wenn wir jetzt hier nach unten scrollen, finden wir unter anderem auch den Options Trading Room, welcher ja eine der 5 Strategien bei unseren Paketen darstellt. Und wenn wir hier jetzt einfach auf zur Trading Sektion klicken, dann kommen wir auch schon in die entsprechende Rubrik hinein. Ihr seht hier schon vom gestrigen Handelstag ein Musterdepot Update, also auch hier investieren wir Echtgeld, sorgen also hier für eine Möglichkeit zum Nachhandeln, was den Einstieg auch entsprechend erleichtert. Und gleichzeitig gibt es natürlich immer wieder ein entsprechendes Tracking, also Live-Kommentare zu bestehenden Positionen, damit man immer weiß, was gerade hier von Bedeutung ist. Gerade jetzt in der Berichtssaison natürlich ist das sehr ausschlaggebend. Hier gibt es dann natürlich auch größere Schwankungsbreiten. Und nachdem natürlich das Ganze gehebelt größere Auswirkungen hat, muss man hier genauer hinsehen. Der Martin nimmt euch das hier ab. Ich sehe gerade hier haben sich schon einige Positionen schön in die Gewinnzone entwickelt. Microsoft zum Beispiel wurde erst am 15. Jänner eingesammelt, ist schon knapp 80% im Plus die Position. Allstate am 13.01. eingesammelt, hier schon ein Plus von über 60% und auch Pepsi, der große Cola-Konkurrent, ist schon bei über 61% im Plus. Sehr vielversprechend könnte jetzt auch aufgrund des bullischen Halbleitersektors wieder Qualcomm werden. Wenn euch die Details dazu genauer interessieren, dann schaut am besten einfach mal rein. Die aktuellen Wachstumstreiber und auch die überzeugenden Quartalszahlen hat euch hier der Martin sehr gut analysiert. Ansonsten Optionen, was hat es damit auf sich natürlich? Man kann hier durch einen geringeren Einsatz von Eigenkapital sehr schnell in kurzer Zeit Renditen erzielen. Als Beispiel muss man hier einfach immer wieder den Weltrekordhalter Daniel Sanger nennen, der es ja wirklich geschafft hat, in nur eineinhalb Jahren aus 10.775 Dollar über 18 Millionen zu machen, das Ganze auch nachgewiesen und bestätigt. Also eine unglaubliche Leistung. Solche Renditen bitte nicht erwarten im Options Trading Room, aber selbst wenn ihr hier nur einen Bruchteil mitnehmen könnt, natürlich ist das schon ein gewaltiger Vorteil. Ja, ansonsten werden immer wieder neue Watchlist-Kandidaten herausgesucht. Wie gesagt, Musterdepot-Updates gibt es natürlich auch am laufenden Band und gerade am Anfang natürlich, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema, aber der Martin kann euch hier sehr gut mit vielversprechenden Breakout-Chancen versorgen. Ansonsten, wenn ihr euch das Musterdepot genauer ansehen wollt, einfach hier oben auf den Reiter Musterdepot klicken, dann seht ihr auch ganz übersichtlich die bereits durchgeführten Transaktionen, also auch Trades in der Vergangenheit. Auch hier waren sehr schöne Treffer dabei, wie mit Walt Disney letztes Jahr zum Beispiel 110% konnten hier mitgenommen werden und auch schon zuvor einmal Pepsi mit 66%. Wenn ihr Zugang zu dieser Strategie habt und immer sofort die neuesten Artikel per Mail erhalten wollt, dann einfach zurück in den Kundenbereich gehen. Ihr könnt hier wie immer einfach eure E-Mail-Adresse eingeben, müsst dann nur auf Speichern klicken und dann wird schon ein automatischer Versand durchgeführt. Natürlich ist es auch relevant, man sitzt natürlich nicht den ganzen Tag beim Trading Desk oder Computer, deswegen gibt es die Verknüpfung zur Live-App von TraderFox. Öffnen wir einfach mal kurz hier die browsergestützte Version. So sieht es dann quasi auch am Smartphone aus. Die App könnt ihr euch kostenlos im App Store downloaden. Ihr müsst euch hier einfach nur oben rechts einloggen und dann könnt ihr hier schon auf die Trading-Sektionen zugreifen. Hier findet ihr auch gleich wieder Options-Trading und dann habt ihr im Prinzip dieselbe Ansicht, wie gerade eben hergezeigt, auch am Smartphone zur Verfügung. Ihr könnt euch hier die Artikel durchlesen, habt also auch auf den mobilen Geräten alles immer sofort im Blick. Wie bekommt ihr jetzt Zugang? Ganz einfach, auf TraderFox.de könnt ihr hier, wenn ihr nicht eingeloggt seid, auf den Reiter Bestellen klicken. Dort findet ihr dann unter anderem bei den Add-ons unsere Strategie-Pakete. Wie gesagt, 5 an der Zahl gibt es mittlerweile. Die Leerverkäufer sind zuletzt neu hinzugekommen. Auch da werde ich euch mal gesondert ein Video erstellen, um euch das mal herzuzeigen. Aber nachdem die Märkte jetzt gerade bullish sind, konzentrieren wir uns hier jetzt gerade mal auf die Long-Seite. Hier habt ihr dann nochmal eine kurze Beschreibung. Wie anfangs erwähnt, Optionen schrecken gerade Neulinge schnell mal auch ab, weil sie einfach als sehr risikoreiche Finanzinstrumente gelten, was grundsätzlich natürlich auch stimmt. Aber Zockerobjekte sind es keineswegs. Denn hier geht es natürlich einfach darum, das richtige Timing zu haben, die richtige Strategie zu verfolgen. Dann kann man hier wirklich mit weitaus geringerem Risiko in Wahrheit auch sehr hohe Renditen erzielen. Ziel sind es, Renditen von 30% pro Jahr zu erzielen. Und ihr könnt euch hier, wie gesagt, einfach den Zugang zu zwei dieser Strategien für 29 Euro im Monat sichern. Oder ihr sagt, ihr wollt wirklich alle diese fünf Strategien nutzen. Dann könnt ihr das mit der Option Strategien All ebenfalls machen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wie ihr euch hier anmelden sollt, dann schaut einfach mal in die Beschreibung des Videos. Da gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch. Und dann könnt ihr eigentlich auch sofort schon loslegen. Wenn ihr euer Trading Depot einfach mal mit gehebelten Kapital nach oben katapultieren wollt, dann schaut am besten einfach mal rein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Handeln von Optionen und Hebelzertifikaten.